Auch dieses Jahr geht es wieder ab an Jolma, Ostschweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung. Jetzt zuerst einmal quer durch den Jahrmarkt, der Messeingang ist nämlich ganz dahinten. So, der Jahrmarkt mal menschenleer, also alles wirklich komplett leer. Die Aussteller sind da am Aufbauen, am Wischen, am Saubermachen. Und heute Nachmittag geht es dann auch schon wieder rund. Und ja, ich gehe zum Messeneingang, der ist dahinten. Also, ich gehe zum Messeneingang, der wir dann noch mehr auf. Immer zum Betriebe. Und wir sehen uns im nächsten Mal. I will. Bye. Tja, deine Hände. Bälle. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war's jetzt mit der diesjährigen Olmart 2018. Nun machen wir schon auf an den Jomart, fahren noch eine coole Bahn und dann geht's auch schon nach Hause und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war's jetzt mit der Olmart 2018. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, dir hat mir ein kleines Video dazu gefallen. Drück sehr gerne einen Daumen nach oben, abonnieren ist wie immer kostenlos und bis zur nächsten Woche. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020